Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute in der Folge geht es weiter bei unserer Springfield Feuerwehrwache, denn wir wollen ja heute einen Feuerwehrwagen bauen. Ja, heute auf der Tue steht ein Feuerwehrwagen für unsere Feuerwehr in Springfield, die soll ja nicht zu Fuß unterwegs sein. Und bevor jetzt einer fragt, wie hast du das da innen drin eingerichtet, gibt es dazu ein Video? Ja, kommt noch, ansonsten ist es vielleicht schon unten in der Videobeschreibung verlinkt, müsst ihr mal gucken. Aber erstmal müssen wir ein Fahrzeug bauen. So, und für so einen tollen Feuerwehrwagen braucht man gar nicht so viele Blöcke, man glaubt es kaum. Wir holen uns einfach mal ein bisschen schwarzen Beton raus, Steinknöpfe, Steinstufen, roter Beton, äh, roter, trockener Beton. Dann holen wir uns noch ein paar Quarzsäulen, Blöcke raus und ein paar Öfen. So, für unser Feuerwehrwagen beginnen wir erstmal mit den Rädern. Das heißt, unser schwarzer Beton nehmen wir einmal in der Hand. Wir machen zwei Räder vorne hin, die haben so einen Abstand von zwei Blöcke. Und die hinteren machen wir mit einem Abstand von fünf Blöcken hin. Auch hier auch zwei Blöcke Abstand. So, jetzt können wir an den Seiten hier einmal von unseren Rädern Steinknöpfe platzieren. Und dann machen wir jetzt darauf eine Platte aus Steinstufen. Die lassen wir hinten wie vorne einfach einmal überstehen. Wenn wir die Platte darauf platziert haben, geht es weiter mit unserem roten Betonblock. Wir platzieren ganz vorne an den Seiten jeweils einen Block, lassen einen Block frei und setzen dann hier so einen Zweier hin. Das machen wir gleich auf der zweiten Seite mit. So, dann lassen wir zwei Blöcke Platz, setzen hier auf wieder einen Zweier hin. So, und hier hinten können wir einfach so einfach die ganzen Seiten mit roten Betonblöcken zuziehen. Denn würde ich sagen, ach komm, machen wir hier alles komplett einmal zu. Und dann machen wir, zack, hier noch einen Zweier hin. Das ist aber noch nicht alles. Wir machen noch hier auf der innenliegenden Seite hier unten hinten auch nochmal einen Zweier hin. Dann nehmen wir einfach mal den roten trockenen Beton hin. Den setzen wir vorne hin. Das sind unsere Türen, unsere Feuerwehrautotüren. Denn komplett vorne setzen wir den Motor hin. Und hier an der Seite mit dieser Zweierblockbreite setzen wir unsere Quarzsäulenblöcke einfach hier an den Seiten ansetzen. Holt euch nochmal bitte schwarze Glasblöcke raus und Glasscheiben davon. Die platzieren wir jetzt einfach mal vorne bei unserem Feuerwehrauto an den Seiten einmal hin. Dann müssen wir nochmal zwei Glasblöcke vorne auf unseren Öfen setzen. An den Ecken hier setzen wir unsere Glasscheiben ran. Und dann hier an der Seite machen wir noch so ein paar Seitenspiegel. Wenn wir denn erstmal alles ein bisschen platziert haben, können wir uns wieder ein neues Blockmaterial rausholen. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar Leitern raus. Einen Amboss, Quarztufen, Quarztreppen, abgezogene Fichtenholzstämme. Dennoch mal Tropenholzbaumfalltüren. Wie heißen die? Tropenbaumfalltüren. Dann holen wir uns noch Eichenholzstufen raus, rote Glasblöcke und blaue Glasblöcke. Beginnen wir erstmal mit den Leitern. Die platzieren wir vorne an unseren Ofen ran. Ist so ein bisschen unser Kühlergrill. Den Amboss, den setzen wir einfach mal hier hinten einfach rein. Das soll vielleicht so eine Rolle sein, wo man den Feuerschlauch halt reinhängen kann. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal so einen hin. Jetzt kommen wir mal zu unseren Quarztreppen und Stufen. Wir beginnen hinten. Da setzen wir einfach mal zwei Treppen an den Seiten hin, die mit der Rückseite nach hinten zeigen. Dazwischen machen wir dann zwei Treppen, die mit der Rückseite nach vorne zeigen. Dann platzieren wir hier einfach in den Ecken nochmal zwei normale Treppen einfach ran. Können dann danach die Quarztufen nehmen und die platzieren wir hier vorne einfach mal an den Seiten komplett lang. Die Mitte lassen wir uns noch offen. So, jetzt nehmen wir uns mal einfach unseren Fichtenholzbaumstamm. Den setzen wir hier hinten einfach mal rauf. So, legen wir ihn am besten hier einfach mal lang. An den Seiten können wir dann unsere Truppenbaumfalltüren platzieren. Und darauf machen wir unsere Feuerwehrleiter einfach mal mit Stufen. Die schlagen wir jetzt hier so rein und dann machen wir sie auch nochmal hier so einfach mal lang. Aber aufgepasst, ganz vorne lassen wir einfach mal zwei Blöcke noch Platz. Ganz vorne setzen wir uns einfach mal unsere Glasblöcke hin. Das sind ja unsere, soll ja so ein bisschen unsere Sirene darstellen, unser Blaulicht. Ja, und dann können wir auch wieder dieses Blockmaterial wegtun. Zum Schluss holen wir uns noch ein bisschen Kleinzeig raus. Das sind Hebel, Schilder und ja, dann noch verschiedene Knöpfe können wir uns hier ein bisschen raussammeln. Dann holen wir uns noch Stolperdrahthaken raus und irgendein Zauntor. Ich nehme jetzt einfach mal Schwarz-Eichen-Zauntor. Kommen wir erstmal zum Hebel. Den platzieren wir über unserem Amboss. Ob der nach oben zeigt oder nach unten zeigt, ist ganz deine Sache. Auf der anderen Seite platzieren wir natürlich auch noch einen. So, dann kommen wir mal zum Schild. Das platzieren wir gleich hinter unserer Fahrerkabine. Da können wir jetzt einfach mal die Rufnummer unserer Feuerwehr aufschreiben. Ihr kennt sie, das ist ja in Amerika die 911. Nicht vergessen, auf beiden Seiten. So, dann kommen wir mal ein bisschen zu unseren Knöpfen. Wir haben ja ein paar verschiedene. Die Bürgenschalter habe ich mir mal so ein bisschen gedacht, vorne für unsere Scheinwerfer. Die Fichtenschalter nehmen wir einfach mal als unsere Türgriffe. Dann haben wir die Akazenschalter. Die nehme ich einfach mal für mein Rücklicht. Jetzt sind wir schon mal hinten. Da platzieren wir gleich noch einen Sounddorf für den Auspuff. Für den Stäuberdraht dachte ich mir einfach, den platzieren wir hier hinten so ein bisschen. So ein bisschen Dekoration. Hinten dran. Natürlich wie immer auf beiden Seiten. Und am Ende bleiben die Steinschalter übrig. Die platzieren wir hier. Das sind so ein bisschen vielleicht die Griffe, um das Ganze hier hoch zu machen. Da sind ja dann unsere Gerätschaften hinter. Und das machen wir natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Hm, wenn man irgendwie in diesen Feuerwagen reinguckt, ist er noch ein bisschen leer, ne? Wollen wir ihn uns noch ein bisschen einrichten? Sind wir immer nicht so faul. Komm, wir richten ihn ein. Und dafür brauchen wir nicht mal so viele Blöcke. Also wir holen uns nochmal roten Beton raus. Tropenholztreppen empfehle ich einfach mal für unsere Autositze. Und dann nochmal die Eichenholzstufen. So, jetzt fliegen wir einfach mal hier nochmal rein. So, ich schlag mich mal hier kurz durch. Setz mir denn. Ups, das geht ja gar nicht so. Warte mal, dann müssen wir doch mal hier unsere Glasblöcke nehmen. Wir setzen hier einfach vorne unsere Sitze rein. Dahinter machen wir einfach mal so eine rote Betonwand hin. Darauf platzieren wir dann einfach mal Eichenholzstufen zu einem Block. Und ganz vorne müssen wir wieder unser Glas ransetzen. Und fertig ist er eingerichtet. Ging doch relativ fix. So, und fertig ist unser Feuerwehrwagen. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Und dann kann ich hier schon mit der Tour beginnen. Und wie gesagt, die Tour ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sobald sie hochgeladen ist. Und da gehe ich auch ein bisschen drauf ein. So, von den Folgen der Simpsons und so. Und zeige ich euch immer hier so auch, ja, wie original das Ganze hier doch ein bisschen ist in Minecraft. Und ansonsten sind wir hier fertig. Wir haben jetzt einen Feuerwehrwagen. Den könnt ihr euch natürlich so oft hinbauen, wie ihr wollt. Nicht nur hier in der Feuerwehrwache. Ihr könnt ja auch ein bisschen so rumspielen hier mit der Feuerwehr. Zum Beispiel, hier seht ihr hier. Dann könnt ihr auch ein bisschen unsere Garagentüren hier so aufmachen, ne. Und dann könnt ihr der Feuerwehrwagen hier auch ein bisschen draußen stehen oder sowas. Naja, da könnt ihr wieder eure Fantasie freien Lauf lassen. Aber ansonsten war es das Ganze hier wieder für heute. Ich würde sagen, ich stelle mich hier einfach mal safety hin. Und wenn ich safety stehe, dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Am meisten würde sie sich über ein Geschenk freuen, das durch jährliche Arbeit verdient und Friedlichkeit, Vertrauen, Ausbeutung, die goldene Regel. Vorbild, schwer.